So, da bin ich wieder. Blinkgate hat gerade irgendwie mein Spiel gequasht, jedenfalls stattdessen in der Fehlermeldung. Hä? Ähm. Achso. So. So, das heißt, ich hätte eigentlich die beiden extinguischen sollen, dann die Zeit wieder aufladen sollen. So, hilft das dann doch? Nein. Oder muss ich jetzt nochmal... Ah! Ja, gut. Secret found. Tome of Ice. Magic. Ja, und das ist... Tome of Resolve and Focus. Gain the strong mind for it. Or energy if champion already has that for it. Ähm. Strong mind. Strong mind. Ja. Du hast... Ein bisschen mehr energy, also kriegst du die energy. Gut. Wieder zwei von den Dingern. Ach ja, und das sehe ich erst jetzt, die Flügel sind ja versiegelt. You must beat the gates. Choose your path... Äh, beat the gates. Choose your path wisely. Hehe, hallo. Äh, und ich vergesse immer, dass ich hinten hinaus muss. So, ich muss hier die gates. Okay. Aha. Aha. Okay, ich kann jetzt nur warten, dass die Zeit abläuft und ich wieder zurück teleportiert werde. Und ich nehme mal an, auf der Seite ist das dasselbe Spielchen. Ja. Okay. Sei es hier wahrscheinlich auch. Beat the gates. Ja. Was ist mit der Seite hier? Close construction in progress. Please utilize your members area. Thank you palace attendance. Ops. Wo bin ich jetzt gelandet? In einem Risp shift bereich, ha? Oh, ich bin wieder hier. Adershot Saber requires air magic. Aero Master and Adderwog, Adderwog, uh, Moment mal. Blink gate. Adderwogged. Adderwogged Saber is... Im Battle... W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Dafür fehlen jetzt zwei magic points. Dann könnte ich... Für 60... Äh, für 10 Minuten in den Adderwogged bleiben. Ja, also timer loaded in the Adderwogged is increased. Okay. Ich brauche zwei Punkte. ich könnte jetzt cheaten und einfach so lange hier Mystery Org transmutieren, bis ich die Punkte habe aber das mache ich nicht ich gehe einfach nochmal in diese Passage, weil ich irgendwie nicht ganz begriffen habe, was passiert ist so hier kann ich mich durchblinken da lande ich hier und da kann ich mich auch nochmal durchblinken und lande hier hier ist nichts allerdings jetzt habe ich mich hier reingeblinkt ok und ja also das funktioniert fast genau so das portet mich hier hin zurück ok da gucken wir mal was auf der anderen Seite ist das war Gates das wollte ich nicht ich wollte hier rein hier beide macht gar nichts dekontamination area maintenance staff only members keep out tanks palace attendance dekontaminationsgebiet äh nein ich warte jetzt darauf dass mich der wisp shift wisp shift wieder rausbringt genau dann kann ich hier mal aufladen also das blinkgate und kann mich hier mal drinnen umgucken ja da sind krabben okay hoffentlich ähm einstein mhm ja ich wollte gerade sagen hoffentlich ähm bleiben die konstrukte alle so ja von hier aus könnte ich mich gleich hier hin shiften so du bist der einzige wisp shift hier gell ja ich kann mich da hoch shiften könnte mich ja ne da zurück kann ich mich nicht shiften kann ich mich hier hin shiften mal sehen ja kann ich in der Richtung ist hier doch nichts da könnte ich mich nur zurück shiften also nehme ich an dass in der Richtung was ist only our most with your swim members will find the find what they seek here earth and eyes have forever been an asset for the masters ever man so okay machen wir mal wieder das licht etwas heller und wieder rein äh ja darum hier lang ja und ich hätte mich wieder da rein direkt rein shiften können hier ist nur das gate das kann mich einmal hier hin zurück bringen die Richtung nicht ah ich höre fliege viecher und der bringt mich wahrscheinlich äh sonst wohin okay ja die edderlands sind ein interessanter Ort muss ich sagen da können wir wirklich noch viel Zeit drin verbringen hier fangen wir ja an und hier oben gibt es sehr viel Rätselzeug hm zum Glück lädt sich der edderglänzkristall auch ziemlich schnell nach da blieb um hier wieder durch dann machen wir mal weiter hier Dinge kaputt in der Hoffnung was zu finden oh hi Krabi Feuer scheint dir nichts auszumachen ne ne und da habe ich gerade einen Knopf gesehen und wir sind wieder draußen ja die tut weh die Krabbe ok ok sieht doch ordentlich was aus muss ich sagen ja Erfahrungspunkte sind aber so leider ja wie gesagt zum Glück äh kriegt der hier seine Energie schneller wieder oh noch einer von den Mindstones ein Wurfmesser Nahrung der Fackel ein Tarbeat gut gut mhm 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 ja ja und wir sind wieder draußen wie gesagt es ist blöd dass wir das Schwert nicht benutzen können weil mir zwei Punkte in Airmagic fehlen vielleicht habe ich Glück und finde hier drin den nächsten Airmoment so